Ja, ganz herzlich wieder willkommen zur heutigen Style-Runde. Es geht heute um den 80er-Diva-Ballad. Und der lässt Erinnerungen an so Künstlerinnen wie Whitney Houston zum Beispiel wieder auferleben. Servus, Grüezi und Hallo, euer Mr. Key stellt diesen Rhythmus für euch vor. Und wir starten mit Intro 1, Main A und OTS-Variante 1 in C-Dur. Auf geht's. Ja, das rhythmische Schema orientiert sich am 6,8 Ballad-Style. Und, ja, wie eben schon gehört, dieses typische 80ers E-Piano Soundgewilde, sag ich mal, bestehend aus zwei Klängen. Auf rechts 1 und rechts 2. Phil Collins hat das übrigens später auch noch genutzt. Ja, weiter geht's mit rechts 3. Und, ja, weiter geht's mit rechts. Ja, im ersten Moment, wenn man unscharf hinguckt, liest sich das wie Feuerwehr. Dieser synthetische Ton, aber Fusion Wire nennt er sich. Ja, und auch der ist wieder einstimmig. Eben für typische synthetische Klangmöglichkeiten und Spielvarianten. So, es geht weiter mit Intro 2, Main B und OTS-Variante 2. Und, ja, weiter geht's mit rechts. 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 ja ich habe jetzt gleich mal alle drei klangmöglichkeiten vorgestellt und eben zum schluss noch mal ending 1 als da waren für die rechte hand rechts 1 saxofon rechts zwei ein piano und zum schluss gehört die harmonika ja für viele schöne wunderbare balladen die man damit spielen kann main c ots variante 3 das hört sich so an lake tosta Der Rhythmus wird insgesamt voller und das war jetzt ein E-Gitarren-Kombinationston auf rechts eins und zwei rechts drei offeriert uns wieder einen synthetischen Ton prägt das da und so weiter und so fort auch hier wieder ein schöner Echo nachklingender Effekt bei diesem synthetischen Ton auf rechts drei Ending zwei haben wir noch nicht gehabt das klingt so ja sehr schön sehr schön gemacht meinti kommt als nächstes dran ja ein voller satter Style E-Pianoklänge ein schön satter Basston das zu das eh nicht das sondern dazu in der rechten Hand auf rechts eins und zwei schöne Streicher direkt das da und ergänzt wird das Ganze mit einem Gitarrenton der ein bisschen rockiger ist auf rechts drei bis zum nächsten Mal ja da fallen einem doch bestimmt auch wieder Ballade eins Ballade zwei und 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 ganz viele ein die man damit spielen kann sehr schön gemacht von Yamaha für diesen Diva Ballade für diesen Diva Ballade Style aus den 80ern wir sind schon wieder durch so schnell kann das gehen es hat wieder viel Spaß gemacht für euch hier zu improvisieren als völlig ohne Noten ja irgendwelche Vorgaben außer das was eben Yamaha mit dem Genus Keyboard hier vorproduziert hat ich hoffe es hat euch wieder gefallen lasst gern ein Like oder ein Abonnement da ich würde mich sehr freuen ich würde mich sehr freuen euer Mr. Key sagt bis zur nächsten Folge bye bye bis zum nächsten Mal Musik 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 Musik